Mein Name ist Adrian und in diesem Video geht es um die neu vorgestellten Macs und warum meiner Meinung nach diese eine komplett neue Ära an Apple Computern begründen. So viel vielleicht schon mal vorn weg, diese Geräte sind vor allem spannend für alle, die kreativ und mit viel Leistungsanspruch mit Macs arbeiten. Das heißt, wenn du zum Beispiel Videoschnitt machst oder auch Fotonachbearbeitung, Tonnachbearbeitung, dann bekommst du jetzt einfach wesentlich mehr Leistung für weniger Geld. Aber nochmal ein bisschen ausführlicher. Wir haben jetzt in den neuen Macs zum ersten Mal Apple eigene Prozessoren. Das heißt, Apple hat vorher natürlich auch schon Prozessoren gemacht für zum Beispiel ihre eigenen iPhones oder auch die iPads. Und jetzt haben sie ihre Prozessoren sozusagen so weit, dass sie auch sagen, wir verbauen die jetzt auch in unseren Computern. Wir schaffen es jetzt auch da, diese Rechenleistung, die da abrufbar sein soll, mit unseren eigenen Prozessoren hinzubekommen. Und vorher war es eben eine Kooperation mit Intel. Das heißt, Intel hat die entsprechenden Prozessoren für die Macs geliefert. Auch da ist zum Beispiel ein Intel-Prozessor entsprechend verbaut. Und jetzt geht Apple eben hin und sagt, nein, wir machen auch diese Komponente komplett selbst. Und das bedeutet, dass eben, wenn wir jetzt zum Beispiel uns das Thema Videoschnitt rausgreifen, dass wir mit einer Software arbeiten, die von einem Unternehmen hergestellt worden ist, welches auch das Betriebssystem programmiert hat, welches auch den Computer zusammengebaut hat und konzipiert hat und welches auch den Prozessor entwickelt hat. Und so kommen alle Komponenten zusammen und das ist eben bei einigen Programmen der Fall, zum Beispiel auch bei Logic, wenn man jetzt an das Thema Audio-Nachbearbeitung denkt. Und selbst die nicht Apple-eigenen Programme sorgen eben dafür, dass wir hier eine gute Abstimmung zwischen Prozessor, Computer und eben dem Betriebssystem haben und dadurch zu wesentlich mehr Leistung auch kommen. Es gibt auch eine komplett neue Basis, auf der diese Prozessoren entwickelt worden sind. Aber jetzt möchte ich mal einmal konkret werden, was sind das jetzt für Computer mit dem M1, also dem ersten Mac-Prozessor, den sie selbst entwickelt haben bei Apple. Das ist das MacBook Air, das MacBook Pro 13 Zoll und der Mac Mini. Und das sind so jetzt die ersten, ich würde sagen, Einsteigerprodukte in diese Thematik, wobei dieser Begriff ihnen irgendwie nicht gerecht wird. Denn wir können bei diesen Geräten jetzt schon Unglaubliches sehen. Wir haben jetzt Geräte, die, sagen wir mal, zwischen 1.000 und 2.000 Euro kosten. Das heißt, wir sind jetzt quasi beim Einstiegspreis, den wir auch vorher hatten, beim Thema MacBooks zum Beispiel. Und das heißt, wir erwarten jetzt hier etwas an Leistungssteigerung. Na klar, das sind ja neue Computer, aber es ist nicht nur etwas Leistungssteigerung geworden, es ist extreme Leistungssteigerung geworden. Ich habe mir einige Videos zum Thema Videoproduktion zum Beispiel angeguckt, was haben wir da für Benchmarks und genau diese Thematik möchte ich jetzt hier gar nicht aufmachen. Dazu verlinke ich gerne mal Videos unten in der Beschreibung, da haben sich Leute wirklich hingesetzt und das alles akribisch durchgetestet. Das Einzige, was ich dir jetzt hier mitgeben möchte, ist, wenn du in Zukunft Videoschnitt machen möchtest, solltest du nochmal ernsthaft darüber nachdenken, auf Mac das Ganze zu machen. Warum? Du bekommst jetzt eben viel, viel mehr Leistung. Also ich würde behaupten, man bekommt jetzt quasi größenordnungsmäßig für 1.000, 1.500 Euro die Leistung, die man noch vor zwei Jahren für 5.000 Euro bekommen hat in einem Mac. Und gleichzeitig haben wir einen Chip, der in einem MacBook Air, in einem MacBook Pro und in einem Mac Mini quasi der gleiche ist. Das heißt, die Leistung unterscheidet sich zwischen diesen einzelnen Geräten nicht mehr derart. Wir haben nur jetzt unterschiedliche Geräte und das heißt, wir können uns jetzt einfach sozusagen aussuchen, in welchem Formfaktor hätten wir jetzt gerne unseren Mac und welche Leistung brauchen wir. Klar, werden wir auch in Zukunft noch mehr Leistungen sehen und die sind am Anfang absolut, es gibt auch ein paar Downsides, wo ich gleich auch nochmal drauf eingehen möchte. Aber es ist unglaublich spannend, wie effizient das Ganze geworden ist. Das heißt, die Rechenleistung, du kannst es dir gerne auf der Apple-Webseite mal anschauen, die ist gigantisch in die Höhe geschnellt bei ganz vielen Anwendungen. Und gleichzeitig ist die Akkuleistung extrem nach oben gegangen und die Wärmeentwicklung quasi, ich möchte es jetzt so nicht sagen, aber sie ist quasi bei Null gelandet. Ja, also die Intel-Prozessoren, die haben extrem viel dafür gesorgt, dass Hitze entsteht, dass ein Lüfter drin sein muss und so weiter. Und jetzt im neuen MacBook Air sehen wir zum Beispiel einen Computer, der komplett ohne Lüfter auskommt. Na klar, müssen wir jetzt schauen, okay, wie sieht es im Sommer aus, wenn ich draußen bin, vielleicht habe ich 30 Grad und will irgendwie ein paar Stunden Videoschnitt machen oder ein paar Stunden Filme exportieren. Dann wird sicherlich hier die Prozessorleistung nach unten geschraubt werden, weil wir keine aktive Kühlung haben. Dafür müsste man dann auf ein MacBook Pro gehen, der eben wieder einen aktiven Kühler hat. Aber wir können in so einem MacBook Air jetzt sehen, dass 4K-Videoschnitt absolut kein Thema sind. Und das war auch zu erwarten, denn die ehemaligen iPads sozusagen, ehemaligen, also jetzt die aktuellen iPads, die ja auch schon eine Weile alt sind, die können ja schon 4K-Videoschnitt. Während so die Einsteiger-Macbooks mit 4K-Videoschnitt, sagen wir mal, überfordert waren. Das ist vielleicht freundlich ausgedrückt, ja. Also dementsprechend eine absolute Empfehlung, sich gerade in dem Einsteigerbereich mal anzuschauen, was Apple jetzt anbietet und auch diesen Preis nicht mehr mit dem zu vergleichen, was man sonst, also vor anderthalb Jahren oder einem halben Jahr, für diesen gleichen Preis bekommen hat. An Rechenleistung, an Schnittcomputer für Videoschnitt. Und wir selbst werden uns sehr wahrscheinlich ein MacBook Air jetzt mal als Einstieg kaufen in die neue Apple-Generation, um diesen Laptop hier quasi zu ersetzen, um für Livestreams, Videokonferenzen und so weiter, überall da, wo es kritisch ist, dass der Lüfter angeht, eben gar keinen Lüfter mehr im Gerät zu haben, sondern einfach einen leisen Computer zu haben, so wie wir das halt vom iPhone oder vom iPad auch gewöhnt sind. Aber welche konkrete Empfehlung kann ich dir jetzt geben zum Thema Macs, ja. Also welchen Mac solltest du dir jetzt kaufen? Solltest du dir auch ein MacBook Air kaufen oder solltest du dir vielleicht einen anderen Mac kaufen, jetzt von diesen drei Macs, dem MacBook Air, dem MacBook Pro 13 Zoll und dem Mac Mini, die jetzt eben vorgestellt worden sind als erste Serie. Natürlich können wir hier noch einiges erwarten. In den nächsten Jahren werden da auf jeden Fall unglaublich hochleistungsfähige, auch größere Geschwister, sage ich jetzt mal, kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da kommt in Bezug auf den 16 Zoll, das 16 Zoll MacBook. Aber wollen wir mal uns anschauen, was haben wir jetzt gerade zur Verfügung? Und wenn du jetzt starten möchtest, welchen Mac würde ich dir jetzt sozusagen an die Hand geben, um ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben? Und da würde ich sagen, der Mac Mini. Gerade dann, wenn du vielleicht schon ein externes Display hast, dann kannst du dir für Videoschnitt den Mac Mini dazu stellen und du bekommst ihn für lächerlich wenig Geld, muss ich echt dazu sagen. Ich muss hier mal spicken, für ungefähr 1500 Euro. Ja, es ist viel Geld für den Computer, aber was du hier für eine Rechenleistung bekommst, ist genial. Ich würde auf jeden Fall upgraden von der 8 auf die 16 GB Arbeitsspeichervariante, gerade wenn man mit dem Thema Videoschnitt arbeitet. Und ich würde upgraden auf eine 1 TB SSD. Wenn du dir das leisten kannst, gerne auch eine größere SSD, also die 2 TB Variante, weil die SSD auch extrem schnell ist. Und wenn du intern Videoschnittprojekte auf der SSD hast, ist das ideal. Ansonsten arbeite auch mit einer externen SSD. Es sind Anschlüsse dran, aber das ist auch schon wieder so eine kleine Downside. Das kann ich bei allen Computern sagen und der Mac Mini ist da noch am besten ausgestattet. Das Thema Anschlüsse. Wir haben jetzt an einem MacBook Air oder auch an einem MacBook Pro nur zwei Thunderbolt-Anschlüsse, die auch USB-Typ C, also USB 4 in dem Fall, fähig sind. Aber das ist wirklich an der Grenze, sag ich jetzt mal, wenn man wirklich Videoschnitt machen möchte. Stell dir vor, du hast eine externe Festplatte zum Beispiel, möchtest da die Videodateien drauf spielen und hast eine SD-Karte und möchtest dann auch die Daten von der SD-Karte lesen. Dann brauchst du schon mal beide Anschlüsse und kannst nicht einfach noch das Ding am Netz haben, also am Strom. So, und dementsprechend würde ich eher jetzt wirklich, wenn man das Thema Videoschnitt forciert mit dem Gerät, auf den Mac Mini gehen, weil wir da noch ein paar mehr Anschlüsse haben. Da haben wir dann unter anderem noch zwei zusätzliche Typ A, also USB-Typ A-Ports. Da können wir auch gut mit arbeiten, mit externen Festplatten oder so. Wir haben zusätzlich eben auch einen Power-Anschluss und so kommen wir da ein bisschen besser mit klar. Wir haben auch einen Netzwerk-Anschluss und da kann man dann auch ohne, dass man jetzt mit einem großen Adapter oder Hub, wo ja dann das Ganze auch langsamer werden kann, wenn eben entsprechende Daten da transferiert werden müssen, arbeiten muss. Und der Mac Mini hat dadurch, dass er eben keinen Akku hat, dass er keine Tastatur hat, dass er kein Display hat, dass er nicht sofort portable sein muss und so weiter, hat er eben die Möglichkeit, auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis da zu bieten. Wie gesagt, ich würde ungefähr die 1.500-Euro-Variante nehmen mit 1 TB SSD-Speicher und 16 GB Arbeitsspeicher. Schauen wir uns das Ganze nochmal an, was jetzt hier an negativen Punkten von mir noch, ja, wo ich hoffe einfach, dass das Ganze sich entwickelt. Sagen wir es mal so, wir haben hier auf jeden Fall nur diese zwei Ports, das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir haben beim Mac Mini nicht mehr die Option, auf 10 Gigabit Ethernet zu gehen. Das heißt, der Netzwerkanschluss kann nicht geupgradet werden in dem Gerät. Natürlich können wir uns jetzt eine zusätzliche Box dazulegen, die wir dann über Thunderbolt anschließen und so weiter. Aber gerade wenn man netzwerkbasiert, viel Datentransfer hat, vielleicht auch Videoschnitt macht auf einem Zentralrechner, dann ist das einfach gefühlt ein K.O.-Kriterium, weil das sehen wir jetzt schon eine ganze Weile in dem Mac Pro oder auch in dem iMac. Da haben wir diesen 10 Gigabit Ethernet-Anschluss und es ist schade, dass das jetzt in den neuen Macs nicht drin ist. Ich glaube, das ist für viele Leute, die Videoschnitt machen, wirklich ein richtig guter Grund, quasi noch bei dem alten System zu bleiben und irgendwie noch zu warten, bis da etwas anderes kommt. Und ich weiß auch nicht so ganz, warum das jetzt nicht in der Generation entsprechend schon mit drin ist, weil das ist auf jeden Fall, das muss man einfach so sagen, ein Rückschritt zu der vorherigen Generation. Wie gesagt, Fortschritt ist auf jeden Fall, das Ganze ist viel besser aufeinander abgestimmt. Wir brauchen viel weniger Geld in die Hand zu nehmen, um einen performanten Rechner zu haben für das Thema Videoschnitt. Und das ist eigentlich so das Fazit, was ich ziehen möchte und ich bin einfach unglaublich gespannt. Ich bin wirklich unglaublich gespannt, was uns in den nächsten Jahren da erwarten wird. Also nicht nur jetzt auf ein paar Jahre gesehen, sondern auf viele, viele Jahre gesehen. Ich meine, das MacBook, was ich hier habe, das ist von 2013 und dementsprechend kann man sich überlegen, wenn man jetzt noch mal drei Jahre den gibt, während sie ihren eigenen Prozessoren vielleicht jedes Jahr verdoppeln in der Leistung oder so, dann haben wir wirklich ein MacBook Air in drei Jahren oder so, mit dem man 8K Videoschnitt oder sowas ohne Probleme machen kann. Und ich glaube, da sind auf jeden Fall die Prozessoren wesentlich schneller an Leistungsboost sozusagen als der Konsummarkt sozusagen und der, ja, die Affinität zu mehr Pixeln und so weiter zunimmt, ja. Und dementsprechend glaube ich, dass wir da einen guten Preis bekommen und wirklich hochwertig, ja, arbeiten können. Und dementsprechend halt auch, und das sehe ich immer als besonders positiven Punkt, es möglich wird, für ganz viele Leute mit einem relativ geringen Budget einzusteigen und Videos zu bearbeiten. 4K-Videobearbeitung, dafür musste man bisher relativ viel Geld in die Hand nehmen, gerade bei Macs, um das möglich zu machen, um daran auch Spaß zu haben und einen guten Workflow zu haben. Und jetzt wird das Ganze deutlich gedrückt. Klar, wir haben immer noch den gleichen Einstiegspreis bei den Macs ungefähr, aber wir bekommen ein Vielfaches der Leistung und können dementsprechend auch hochwertig mit dem entsprechenden Videomaterial arbeiten. Das war es jetzt von mir, meine Meinung zu den neuen Macs. Ich freue mich drauf, wenn hier dann entsprechend der Computer steht, gebe ich gerne auch nochmal eine Rückmeldung. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Wie gesagt, wenn du das Ganze mal wirklich mit harten Fakten sehen möchtest, verlinke ich dir gerne mal was unten in der Videobeschreibung. Da gibt es wirklich Leute, die sich, wie gesagt, ewig hinsetzen und alles Mögliche durchtesten. Und das gucke ich mir auch immer ganz gerne an, um dann mir eine Meinung zu bilden, bevor ich dann so einen Computer kaufe. Also schaust dir gerne an und ansonsten wirklich denk drüber nach, wenn du in das Thema rein möchtest, dir wirklich jetzt nicht noch einen alten Intel Mac sozusagen zu holen, sondern eben schon auf das neue System zu setzen. Das war es jetzt hier von mir. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Ciao.